gegner von armor wir haben das spiel verloren auf geht's bei kathie ich habe wieder klappt blub das ungünstig da geht mir auf ihn so ein bisschen gekriegt wollte ich nicht mal sehr schön gut job das dumm von mir sorry dass er da unten drin ständig mir denken können die sind dass die items haben maximale begeisterung begeisterung sehr schön ich bin nicht zufrieden mit meinem place wir müssten nicht viel härter bestrafen und kriegen es nicht hin ach die haben doppel support item deswegen also übelstens system und jetzt trotzdem tot hätten besser sparen können ich habe ihn zum glück aufgarten u dir noch wenn der reingerannt wäre ich tot gewesen ich habe ihn zum glück aufgarten u dir noch wenn der reingerannt wäre ich tot gewesen ja eventuell habe ich ein bisschen was verfehlt ich werde nämlich noch sterbe im ganzen shit ha ich überlebt sehr schön dann muss ich holten habe ich gebetet nämlich alles verfehlt habe und dann habe ich geultet hat funktioniert ich stehe einfach rum dann gucken wir mal so an wie es hier läuft sehr schön sehr schön das wenn man play bis out of place mein lieber oh oh gott hätte es doch eher gemacht oh no ja ein bisschen genug da perfekt denn jetzt ist doch kein tower mehr ich wollte da nun gerade nicht rein oh gott rein freshen ähm okay sehr schön ich habe damit nichts zu tun ihr schafft das boom ins gesicht ah die jinx ist ingame würde ich sagen 6-0 das läuft auch gerade gut oh gott ich bin dagegen oh gott ich bin dagegen uiuiuiuiui die haben sie mich ganz schön verfolgt warum gehen die so greedy auf mich what the fuck ach nee ach nee das team verkauft uns da ist gerade da ist sie gestorben ich bin gestorben okay ich habe glaube ich keinen 1000 gold gehabt aber die hat nochmal 1000 gold also wir haben über 2000 gold auf jeden Fall ein shutdown gold gegeben ey oh das tut weh oh shit ich muss also Pit raus er hat ihn echt gekriegt ach komm tja hat er trotzdem gekriegt hat er trotzdem bekommen tatsächlich fuck geh weg ach nö ich sehe genau so viele gegner ekelhaft du kannst nicht von einem singt weglaufen das ist nicht möglich kann ich da laufe ich auch nicht hinterher doch vielleicht laufe ich doch lieber hinterher hallo riko hin ah geh weg hilf hallo riko oh gott die rennen alle mir hinterher ich habe angst Lass doch das hier lieber machen, wenn wir schon alle hier sind. Ich will Heilung haben. Riku, schön, dass du noch eingeschaltet hast. Oh lol, war der schnell. What the hell? Ja, das ist wohl auch ingame, will ich mal behaupten. Ja, wir müssen die Mitte verteidigen. Ja, Cyborg gerade. Aber ich weiß nicht, meine Jinx ist halt richtig gut ingame. Aber ich bin in Teamfight irgendwie, die sind so chaotisch, weil mein Team einfach reinläuft. Jinx kann sich mit alles duellieren. Mein Team läuft rein und dann wird der Gegner nehmen wir das, was wir killen können. Die Zyra. Das ist irgendwie uncool. Ich bin hier gerade nur Bait am rumlaufen, wie du gerade siehst. Das ist natürlich, die Gegner sagen, hm, wen kriege ich mit einem einfachsten Tod in Chapport? Hm, das ist aber gut verraten. Ich hoffe, du überlebst das. Ich gehe mal noch ein Stück weg, bevor jetzt hier gleich collapsed wird. Ich muss halt wirklich bei Jinx bleiben. Wenn ich bei Jinx bleibe, ist das eigentlich meistens fein. Schade. Hättest du ein bisschen gewollert. Okay, ich bin nur dabei. Ich kriege die Erfahrung. Wupp, wupp. Oh, nee, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Okay. Ah, die andere ist erstes. Quatsch. Quatsch. Aber ja, ich weiß, dass das viele machen. Wir reißen ja schon die Mitte-Turbel ein. Moment, ich bin da. Ich spiele mit. I'm a valuable part of community. Also da war einfach die... Achso, der Dienstag hat mir nichts an, so meinst du wegen Netflix schauen und sowas. Da hat man vielleicht irgendwann mal das meiste durch. Die Jinx war auf jeden Fall GG. Die hat echt gut gespielt. Das lief. Ja, die Jinx. War geil.